Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von Alice15. Wir haben... Ja, im letzten Part hier angefangen... Warte... Äh... Die Kartoffeln zu erden. Und ich hab mich, glaube ich, ein bisschen dumm angestellt. Aber wir werden jetzt erst mal... Das Kraut, ähm... So... Ernten... Äh, ja. Ernten. Entfernen. Und dann später nochmal... ...mit dem Erntner... ...drüberfahren. Weil wir jetzt erst mal den Grubber ausschalten werden und es ist ziemlich laut hier. Wir werden erst mal den da runterfahren lassen. Was? Ne, der bleibt oben. Äh, unten. Oh, Mann, ey. Mein Gehirn. Ist leer wie so'n Kaktus, ey. Hehehe. Was haben denn die Kühe schon wieder? Oh, nichts. Na, weil acht Kühe sind ja auch nichts. Nichts. Ne, wir wollen ja... Gras ernten, ne? Also Heu. Okay. Den wieder reinfahren. Oh, ich weiß auch früher, ey. Als ich LS... ...elf... ...gespielt habe, ey. Und gesagt habe, ich werde nie einen Helfer benutzen. Der kostet ja Geld. Und jetzt... ...verwende ich ihn nur noch. Den erstmal auftanken. Ich weiß nämlich im privaten Modus. In meiner privaten Welt, dann... ...vergesse ich das Tanken immer. Dann bleiben wir mal mit auf dem Feld stehen. So, der ist voll. Fahren wir mal schnell da rund. Dann reden wir mal wieder was geht schon raus. Тыç. T contrexektion... un. Dann müssen wir tauschen. Wenn der die nicht ziehen kann. Dann kann er sicher nicht pazsten werden. Then wird er passaIGHT. Oh, das dreht sich mit dem Boden. Wie fährt der denn? Gucken, ob ich jetzt richtig... Hallo? Ich glaube, ich bin so dumm. Ich hoffe ja nicht, dass wir das jetzt vorhanden machen müssen. Dann mache ich lange Parts. Oder der Trecker ist zu schwach. Oh, sowas mag ich ja richtig gerne. Hallo? Toll. Mit dem großen Teil kannst du Helfer fahren lassen. Und ich weiß nicht, ob ich die Reihen treffe. Super. Gibt es da eigentlich eine Mod für? Muss ich mal gucken? Ja. 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 Das wären die besten Parts ever. Ich kann ja dann mal, wenn wir die Sachen verkaufen, drauf achten, wie viel Geld wir für die Kartoffeln hier kriegen, von dem Feld. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Ich sehe da nichts. Ich weiß nicht, ob ich das rechnet. Ich weiß nicht, ob ich das rechnet. Ja. Wieso können da keine mehr? Da da- Das kann ja ewig dauern. Also da ich gerade sehe, dass der Part schon wieder vorbei ist Sag ich, guck da einfach unten in die Videobeschreibung Dort ist Twitter und Facebook verlinkt Und ich stelle mich bestimmt hier richtig blöd Naja, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr Und wir sehen uns dann morgen im Part Mal gucken Was ich dann mache Das war bestimmt hier voll die Fehlinvestition Hoch 10 Aber naja, wir sehen uns dann morgen Bis denn, tschüss